Ich heiße Christine Holler, komme aus Österreich. Eine Bekannte hat mich empfohlen, hier diese Ordination zu besuchen. Ich habe fünf Implantate bekommen und die vorderen Zähne, eine Brücke. Ich war eigentlich sehr überrascht über die technische Ausrüstung hier. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, habe eigentlich keine Schmerzen und habe mich sehr hier wohl gefühlt, weil alle sehr freundlich waren und sehr zuvorkommen. Mein Name ist Harald Burger, ich komme aus Deutsch-Weiß-Tritz in Österreich. Wir sind hier durch Mundwerbung von Bekannten zu dieser Praxis gestoßen, haben diese Praxis dann auch mit diesen Bekannten besucht, wurden hier gut beraten und haben dann die medizinischen Notwendigkeiten, sprich Brücken im Ober- und Unterkiefer einsetzen lassen. Aber die Praxis ist sehr gut organisiert, also bestens modernst ausgerüstet. Es wurde auch, sage ich mal, das Ganze drumherum bestens organisiert, sprich Termine. Und ich kann diese Praxis nur weiterempfehlen. Mein Name ist Susanna Kaltenegger, ich komme aus Wien und ich wurde von einem Bekannten über die Praxis von Herrn Dr. Toker informiert. Ich habe mir dann die Webseite angeschaut und mich informiert und einen Termin vereinbart. Und es wurden zwei Implantate und zwei Kronen gemacht. Die Behandlung war sehr angenehm, sehr vorsichtig. Es waren auch nachher keine Schmerzen. Und die Praxis ist sehr modern ausgestattet. Also ich war sehr positiv überrascht über die Praxis selbst. Und auch die Mitarbeiter sind immer sehr angenehm, sehr freundlich und wie gesagt sehr vorsichtig bei jeder Behandlung. Und ich kann die Praxis also nur weiterempfehlen für sämtliche Behandlungen, die ich bis jetzt hatte. Mein Name ist Hannes Bauer, komme aus Würflach, das ist im Bezirk Nürnkirchen, in Niedösterreich und bin seit 15 Jahren mit dem Dr. Toker als Patient und bin mit ihm sehr, sehr zufrieden. Mein Bekrieg gekommen zu der Genie, Dr. Toker, bin ich durch einen Arbeitskollegen, durch Schwarz Richard, der hat mir das empfohlen, der auch sehr zufrieden war und der hat alle Zähne sich machen lassen. Durch das habe ich die Klinik aufgesucht. Und auch meine Freunde, das sind viele, die auch bei Dr. Toker zur Behandlung sind. Und ich würde diese Klinik sehr, sehr gerne weiterempfehlen, weil sie eine super Klinik ist und wenn sie sehr und sicher zufrieden ist. Geht schon? Ich habe vor 20 Jahren schon einmal 17 Kronen machen lassen und habe jetzt die zweite Behandlung. Und ich war mit dieser Behandlung sehr zufrieden und ich würde diese Klinik immer weiter empfehlen. Danke. Passt das? Danke. Unsere Untersuchungen beginnen mit der digitalen Oralkamera. Mit der digitalen Zahnfarbenanalyse wird Farbe, Glanz und Transparenz des Zahnes gemessen. Das Panorama-Röntgen bildet die Basis der Behandlung. Der digitale Dental-CT-Volumentomograph ist heute die modernste Diagnostikmöglichkeit. Mit Hilfe der 3D-Planung wird die anatomische Situation dargestellt. Eine ästhetische Krone oder Brücke, hergestellt aus Zirkon, wird von unseren Zahntechnikern am Computer geplant und von der digital gesteuerten Fräsmaschine ausgearbeitet. Eine gelungene Operation kann nur von einem professionellen Team durchgeführt werden. Dr. Toka, diplomierter Implantologe, Master of Oral Medicine in Implantology, Dr. Cittari und Dr. Hernadi, Fachärztinnen für ästhetische Zahnheilkunde. 25 Personen für ein schöneres Lächeln. Dentalklinik Dr. Toka in Schopron, Ungarn. Nur 60 Kilometer von Wien entfernt.